Wenn wir an die Pieren zum Poller hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten, denn die Welt sieht viel zu schnell, denn die Menschen dir so gehen, dann geh Poller hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten. Diese hanseatische Meditation wird praktiziert seit vielen Generationen. Die Welt sieht viel zu schnell, denn die Welt sieht viel zu schnell,